Ja, also ich bin Doreen, das ist meine Tochter Gina und wir machen ja diese Nilkreuzfahrt zum ersten Mal und wir sind wirklich sehr begeistert, weil erst mal diese Landschaft, wenn man mal so guckt, das ist Wahnsinn, der Nil, die Landschaft, die man vom Nil aussieht und das Schiff, das Schiff hat wirklich alles, um einen perfekten Urlaub zu machen. Also ein super Zimmer, super sauber, ein super Restaurant, eine Bar, ein Deck, wo man seine erfrischenden Getränke sich holen kann. Dann gibt es einen Pool, wo man sich wirklich mal abkühlen kann und muss bei diesen Temperaturen. Ja, und ansonsten muss ich sagen, die Crew, die Crew ist der Hammer, die sind super freundlich, immer nett und hilfsbereit. Und also die haben immer ein Lächeln drauf und ja, besser kann man es gar nicht haben. Also ich würde jedem diese Nilkreuzfahrt empfehlen, der mal was Besonderes machen möchte. Hier an Bord gibt es auch einen Kameramann, der super Videos macht, bei jedem Ausflug dabei ist. Er nimmt halt praktisch jeden Ausflug auf und bearbeitet die hinterher, schneidet die Videos zusammen von der ganzen Woche, die man hier auf dem Schiff ist. Und es sieht super aus, weil man sieht die Landschaft nochmal komplett vom Nil, die ganzen Stationen der Ausflüge, die man angefahren ist. Man wird auch zwischendurch mal gefilmt, wenn man jetzt hier so privat auf dem Deck sich sonst zum Beispiel oder hier eine Veranstaltung ist. Hier sind auch Veranstaltungen auf dem Schiff, die jederzeit mitgefilmt werden und wo man super Erinnerungen hat. So ein Video kann man hier erwerben. Das ist auch gar nicht so teuer und man hat eine super Erinnerung und braucht sich im Prinzip nach dem Urlaub wirklich nur dieses Video mal angucken. Da ist alles drauf, was man eigentlich braucht. Und ich bin wirklich begeistert, dass es sowas hier auf dem Schiff gibt. Und der Kameramann ist auch super nett. Und ich denke, es lohnt sich, da mal reinzugucken in so ein Video. Und wie gesagt, es ist noch gar nicht so teuer. Man kann es wirklich preisgünstig erwerben. Hallo, mein Name ist Jan und wir kommen aus Hamburg. Das ist Amelie. Wir sind gestern gerade hier eingeschifft worden in Luxor und jetzt sind wir schon mitten auf dem Nil. Und es ist fantastisch. Das Wetter ist herrlich und gar nicht zu warm, sondern sehr angenehm. Und das Personal hier an Bord ist sehr professionell, sehr nett und alles ist sehr sauber und sehr schön. Es ist unglaublich, wie viel Deutsch hier an Bord gesprochen wird. Wie gut die ganze Crew Deutsch spricht, einen versteht, antworten kann. Und es ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass von denen noch nie jemand in Deutschland war. Es ist schon schön, wie gut die Deutsch sprechen. Und das ist schon... Und es ist schon... Ich bin schon... Und es ist schon... ...wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020